Information zum Bahnverkehr. Der Bahnverkehr zwischen Winterthur-Grütze und Elk auf der Strecke Winterthur-Sankt-Gallen ist unterbrochen. Grund dafür ist ein Vorfall mit einem Strassenfahrzeug. Es ist mit Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Einschränkung dauert bis ca. 18.00 Uhr. Das ist ein Anbieter von Rälservices. Rälservices auf der Linen Winterthur und St. Gallen, zwischen Winterthur-Grütze und Elk, sind gespftet. Das ist an Bedeutung mit dem Fahrzeug. Delachen, Cancellations und Diversion sind möglich. Die Strecke Winterthur-Sankt-Gallen wird bis ca. 18.00 Uhr.